Ich bin drin. Ich komme jetzt von dem Seiteneingang, gar nicht. Ja, ich bin hier direkt rechts. Nicht erschrecken. Es ist einfach... Ich bin hier direkt rechts. Kommt was gelaufen. Hinter uns. Spieler. Wo ist der? Der ist tot. Achso. Giegel hat reingeschöppert. Da ist noch einer. Wo hinter uns sind uns? Nesibe. Nieses. 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 Der hat gut. Schreie. Bähme. Nieses. Der hat ein Misch. nein die waffe ist so leise ich fand es ziemlich leise hat aber spaß gemacht die diegel muss ganz ehrlich sagen das geht schon klar die wumst um immer einer mehr deswegen wenn ihr nicht müsst versucht nicht so viel zu sprinten ganz kurz abwarten ob vielleicht doch noch einer nachkommt wir haben schon mal zwei spieler weniger ja genau 22 teams oder ein vierer team jetzt habe ich drei spieler gelegt du hast wieder nix davon so gar nichts gar nichts entweder kriege ich gleich einen schlaganfall oder meine augen funktionieren nicht richtig jung wenn ich mich bewege habe ich das gefühl meine augen kommen nicht hinterher ich frage mich jetzt ob der wegen mir mumpelt oder wegen ne da vorne ist was der soll rin kommen kommen sie rin ich dachte ich habe mich verhört oder zwei tschüss hoffe ich nur zwei tschüss Scheiße. Mann, der Skepp hätte da nicht einfach hochrein können. Mann, der Skepp hat da nicht einfach hochrein können. Mann, ich gehe doch woanders lang da, ihr Pisser. Kann ich wahr sein? Müsst du das MG und den Granatwerfer verkaufen? Ja, genau, das muss ich auch noch machen. Okay. Oh, Alter. Weißt du? Die Soundkulisse hat mich gerade ein bisschen überrascht. Oh Gott, oben drin, oben drin, oben drin, Finsch, tot. Oben am Arm, geht drin oder wie? Ja, rechts vom Granatwerfer. Weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich muss den nicht rushen. Ich warte jetzt ab, bis er den Loot haben möchte und dann knall ich den weg. Scheiße, er kommt zu mir. Ist er nicht erschossen oder was? Doch, der ist tot. Ja, aber er ist immer noch am Schnaufen. Was hast du den Typen getan, dass er die ganze... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was der Skepp hat. Hätte ich jetzt nicht die Nachteilposition, dass wenn ich aufstehe, er mir einen One-Tap verpassen könnte? Dann würde ich jetzt aufstehen und dahin rennen. Ich muss ja eh da oben hoch. Ah, jetzt kommt was gelaufen? Hab ihn. Ja, John Vito. Dein dreckiges Dog-Tag. Jo. Das war mal ein absolut langweiliger Raid. Absolut langweilig. Aber ihr seid gerecht worden. John Vitootus. Wie kann man so lange den ganzen Raid... Das ist Stankrats Name bestimmt, Leute. Also, der ist ein Beste. Das hier ist eins zu verabschieden, Dauer und sogar die Hände redesIZE. Wir haben die ganze Nachteil an Academy, aber nicht in einem guten rausklamm. Da ist das so schnell aufgesteckt. Das war ein ganzes Jahr, Das war ein ganzes Jahr. Bis zum nächsten Mal. Und dann ist das so sehr,